Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen. Donnerstag, der 18. Mai 2017. Wir schreiben die Geek Talk 120. Heute habe ich die folgenden Themen für euch dabei. Apple Pay Italien, Google Analytics für iOS oder Google Assistant besser gesagt, Google Home, Android Go, Android O, Google Fotos, IO Abschaltung, Amazon 4K TV und Bosch in China. Ganz viele ähnlich klingende Namen. Heute natürlich ganz viele Google-Themen, logischerweise, weil heute ist sie gestartet, die Google-Io, die Google-eigene Entwicklermesse. Nachdem Microsoft letzte Woche die Build hatte, kommt jetzt eben die Io und dann in zwei, drei Wochen, ein bisschen mehr, doch drei Wochen, glaube ich, dann die Apple WWDC. Aber beginnen wir mit den Themen. Apple Pay weidet sich aus, auch hier in Europa, nach, was haben wir, Spanien und der Schweiz und wer ist da noch dabei? Kurz überlegen, zwei, drei Länder sind noch rundherum, was bis jetzt nach wie vor fällt, ist Deutschland und Österreich, genau, Frankreich, Irland, Großbritannien sind damit unter anderem dabei und eben seit heute auch Italien. Schön freut mich für die Italiener und somit der Druck noch grösser für Deutschland und Österreich. Liebe Banken, macht mal Platz und vor allem macht richtig Platz und nicht nur ein bisschen. Dann eben ein schleichender Übergang von Apple in Richtung Google-Io. Heute hat Google angekündigt, lang in den Gerüchten, der Google Assistant wird zukünftig auch auf iOS vorhanden sein. Also somit heisst es in Zukunft, hey Siri, starte mir den Google Assistant und dann die Frage stellen. Kann man machen, muss man nicht. Wir werden sehen, wo es hinkommt. Android Go. Google ist ja sehr stark bedacht darauf, auch dass auf kleineren Geräten, auf schwachbrüstigeren Geräten, ihr OS läuft, also ihr Betriebssystem läuft und deshalb haben sie jetzt neu ein Google, also ein Android Go Betriebssystem vorgestellt, was eben speziell für eher, sagen wir, schwachbrüstigere Geräte, doch was heisst schwachbrüstig, ein Gigabyte RAM, das ist noch nicht so lange her, hätte das iPhone auch so viel und war doppelt so schnell wie viele Google Phones. Also von dem her, ja, Software auf die Hardware geschnitten. Das andere, wie gesagt, oder habe ich es noch nicht gesagt, ich werde heute die ganzen Google-Themen nur ein bisschen anstreifen. Es ist sehr vieles sehr neu, sehr viele Fragen sind noch offen und wir werden sicherlich im Mutter-Podcast, also im Geek Talk, in der News-Kategorie in der nächsten Woche dann noch darüber berichten. Ein Thema ist nach Google Go, Google O, das neue oder kommende Android-Betriebssystem nach Nougat, also nach der letzten Version kommt dann eben Google O, was das genau wird und wann das kommt, wurde noch nicht verraten. Was es aber schon gibt, ist die Beta-Zugänge, also sprich die Möglichkeiten, das Ganze zu nutzen. Kann man auf Nexus 5X, 6P, Player, Pixel C und so weiter schon installieren. Weitere sollen dann folgen und ja, das Ganze wird jetzt nach und nach geöffnet. Bin mal gespannt, ob es im Herbst was Neues gibt oder ob sie da ein bisschen sich mehr Zeit lassen. Vor allem will man da auf den Bereich Sicherheit gehen, wie die letzten Jahre immer auch, was sehr sinnvoll ist. Neue Notifications kommen da mit rein, etc. Eine Bild-in-Bild-Funktion, etwas, was ich mir schon bei grösseren Smartphones, oder besser gesagt, Phablets, wie man das so schön nennt, schon länger wünsche, weil wenn man irgendwie einen Netflix-Stream schaut und nur kurz eine SMS-Antworten will, warum kann das blöde Bild nicht einfach irgendwo in den Ecken rutschen und einfach weiterschauen, quasi ohne gross unterbrechen. Dann gab es auch Zahlen und die haben mich überrascht. 500 Millionen aktive Nutzer nutzen Google Photos. Für das, dass es so viele Androiden auf dieser Welt gibt, ist das eine sehr, sehr geringe Zahl, finde ich. Oder? Ist das viel? Vielleicht gerne mal in die Kommentare oder über Social Media oder wie auch immer. Auf jeden Fall bekommt Google Photos wie jedes Jahr einige neue Funktionen, wie störende Bildinhalte automatisch wegretuschieren lassen. Was auch dazu kommt, sind neue Sharing-Möglichkeiten. Heisst, ich und Achim fotografieren uns zum Beispiel an der IFA im kommenden Herbst und dann schlägt mir Google schon vor, ich habe da den Achim gesehen. Möchtest du das Bild nicht mit ihm teilen? Das geht ja noch, aber das Interessante ist, es sind geteilte Libraries. Apple und Microsoft, sowas will ich auch. Das klingt vernünftig. Ja, heute durfte ich ein, zwei Tränen verdrücken, denn die Swisscom, Schweizer Mobilfunkprovider, der grösste, hat angekündigt, dass sie ihre eigene Messaging-App I.O. per Ende August einstellen werden. Wer mich ein bisschen verfolgt hat in den letzten Jahren, ich bin gerne auf I.O. unterwegs gewesen, hatte unter anderem voran auch damit zu tun, weil man, wenn man im Ausland war, WLAN hatte, darüber kostenlos nach Hause telefonieren konnte. Solche Geschichten und halt eben Schweizer App und so weiter, das verbindet, ähnlich wie zu WI.O. Mittlerweile bin ich ja da ziemlich stark auf WI.O. ausgewichen und ja, jetzt ist es weg, dann schon bald, Sneef. Amazon bringt einen eigenen Fernseher, also sie kooperieren mit einem TV-Hersteller und bringen einen smarten TV auf den Markt, der schon die Fire-TV-Software drauf hat. Das Ganze wird sich um die 4,49 respektive 899 Dollar rumbewegen. Mal schauen, die Basiskunden werden sie eventuell damit abdecken, die grossen Amazon-Fans. Bosch möchte mehr in Richtung China. Bosch hat ja ein sehr breites Sortiment an Produkten, also im Heimwerke-Bereich, auch für den E-Bike-Markt sind sie da ganz stark etc. Also die haben ein richtig grosses Portfolio. Mit kleinen Portfolios sind sie schon ein bisschen vertreten, aber durch eine Kooperation mit Alibaba möchten sie jetzt richtig stark ins China-Geschäft einsteigen und durch die Daten, die daraus dann fliessen, also diese Online-Stores, dann auch in Richtung zukünftige Entwicklungen gehen, sprich für den chinesischen Markt richtig zu entwickeln. Ja, ihr seid es fast nicht gewohnt, heute keine 10 Minuten. Ich bin wirklich fertig, ich habe keine Themen mehr. Somit kann ich euch noch einen wunderschönen Tag wünschen, viel Erfolg und ja, morgen bin ich noch ein letztes Mal für euch da, dann heisst es dann für mich ab nach Barcelona. In dem Sinne, euch einen schönen Tag, bis bald, euer Pogipsi, tschüss. Hört mehr Geek Talk.